Ja, ich bin hier in Hollywood und möchte einen Mord melden. Ich bin Detective Lloyd Hopkins von der Polizei. Es handelt sich um Julie Niemeyer. Ich wollte Sie eigentlich anrufen, aber ich wusste nicht, was ich sagen soll. Wieso? Haben Sie sie getötet? Ein gefährlicher Mann macht seine Runde. Ich hab nur ein Ziel. Ich will diesem Wahnsinnigen in das Handwerk legen, bevor er nochmal tötet. Verstehen Sie das? Komm schon, Dutch, wenn ich so einer Braut den Freund wegballere, muss ich sie wenigstens nach Hause fahren. Seinem Vorgesetzten ist er zu heiß. Wenn Sie sich an die Medien wenden, sind Sie geliefert, Lloyd? Du hattest einen schlechten Tag, nicht wahr, Daddy? Woran erkennst du das? Weil du dann immer so zitterst. Seine Freunde halten ihn für verrückt. Erst hat man dich suspendiert, dann hängt man dir Einbruch, Diebstahl, Raub und möglicherweise Mord an. Was hast du sonst noch vor? Frauen sehen in ihm eine Gefahr. Wieso hast du das getan? Warum tust du so etwas? Gesucht wird ein Wort mit drei Buchstaben. Für etwas, das äußerst explosiv ist. Du bist ein Bulle. Du musst mich festnehmen. Ich hab ne gute und ne schlechte Nachricht für dich. Steh auf! Die gute Nachricht ist, ich bin Bulle und müsste dich eigentlich festnehmen. Die schlechte ist, ich bin suspendiert und pfeife drauf! James Woods in der außergewöhnlichsten Rolle seiner Karriere. Mit Leslie Ann Warren und Charles Sterling. Darf ein Mann, der für die Gerechtigkeit kämpft, so weit gehen? Wie weit ist zu weit? COP Der Thriller Der Thriller Der Thriller Der Thriller